Es wird viel passieren. Ich hab den überhaupt nicht gesehen. Herr Kolbe. Für mich ein Azubi-Vertrag und für Chai einen Job. Wiedersehen. Worauf ihr euch verlassen könnt. Verzeih mir, liebe Inge, aber werd bloß bald wieder gesund. Sonst drehe ich dieser kleinen Göre noch den Hals um. Es geht hier nicht um Dino. Abel? Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Es wird viel passieren. Ich hab mehr gleich. Bis was beim Alten nie gehabt. Es wird viel passieren. 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 Oh, oh, oh. Ich hab mehr gleich. Bis was beim Alten nie gehabt. Es wird viel passieren. wird viel passieren. Nein! Es wird viel passieren. Oh, oh, oh. Komm Annika, jetzt mach Hetze keine Vorwürfe. Du kannst auch irgendwann anders fahren. Italien läuft dir ja nicht weg und Dino auch nicht. Aber ich fühle mich so schlecht. Weißt du, Dino vertraut mir und ich... Das ganze Liebesgeflüster und so am Telefon, ist das alles echt? Oder, weißt du, ich kenne mich selber nicht mehr. Komm, jetzt beruhig dich doch mal. Du liebst ihn doch, oder? Ja. Und wenn ich mit ihm telefoniere, dann spüre ich auch, dass wir zusammengehören. Aber dann... Dann? Dann sehe ich Raul mit mir dann die Knie und... Ich kriege ihn einfach nicht mehr aus meinem Kopf raus. Weiß nicht, ich bin verrückt geworden, oder? Aber Dino hat das nicht verdient. Komm, er weiß es ja nicht. Gott sei Dank. Das habe ich mir auch gedacht. Aber ich wollte Raul vergessen. Wenn du nicht versuchst, aber es geht einfach nicht, verdammt nochmal. Kann ich gut nachvollziehen. Es ist verdammt schwer, jemanden wie Raul zu vergessen. Was machst du jetzt? Ich weiß es nicht. Ich verdiene die Wahrheitszahlen. Komm, los auf die neuen Jobs. Ja, okay. Prost. Und du weißt ja, du kriegst das Geld jetzt langsamer zurück, ne? Bei der Versicherungssache hättest du ja alles sofort gekriegt. Das ist kein Problem. Du kannst es ja abstottern. Also, das Jobangebot ist auf jeden Fall die bessere Lösung. Aber eins verstehe ich nicht so ganz. Der Meister, der zahlt doch eigentlich drauf, wenn er dich jetzt auch noch anstellt, oder? Wieso zahlt der drauf? Naja, weil es für ihn billiger gewesen wäre, wenn er den Schaden einfach privat bezahlt hätte. Wieso? Ich arbeite doch dafür. Okay. Aber das ist doch Geschäftsmann. Also, so richtig lohnt sich das nicht. Ist schon ein bisschen komisch, oder? Also, wisst ihr, Meisner ist Geschäftsmann, aber einer mit Ärzten. Also, die Geschichte mit Robby, dass er nur zu uns kommen kann, wenn wir Wohnung und Job haben, das hat ihn schon irgendwie angepitcht. Ja, außerdem ist es doch so, ich habe die ganze Schuld auf mich genommen von dem Unfall. Und jetzt ist er seinen Führerschein nicht los. Da ist ja wohl viel mehr wert. Ist doch Gold wert. Ist doch... Ich weiß nicht. Also, was ist das alles wert? Könnte ich schon sagen. Hallo. Wo steckt denn dieses Kind bloß? Ach, hier ist alles nichts. Ich muss die Polizei rufen. Hey, sag mal, was machst du denn hier? Ja, ist deine Mama verloren. Hey. Sag doch was. Entschuldigung, es geht wieder zu mir. Ach so, ja, dann ist gut. Tschüss. Nicole. Nicole, was machst du denn für Sachen? Du kannst doch nicht einfach von zu Hause weglaufen. Ich will zur Oma. Was? Mitten in der Nacht? Oh, Nicole, das geht doch nicht. Na, ich meine, Besuch in Krankenhaus kann man doch nur am Tag machen. Nein, jetzt. Oma hat mich nämlich lieb. Die schon. Ach, Nicole, komm. Lass mich los, du schimpfst immer nur mit mir. Ja. Oh, pardon, junge Dame, wenn ich das nicht mag, wenn du von zu Hause wegläufst. Nicole, die Oma gehen wir morgen zusammen besuchen. Versprochen. Na komm, gehörst doch längst ins Bett. Ab nach Hause. Du hast gesagt, ich bin eine kleine Göre und du willst mir den Hals umdrehen. Was? Hab ich nicht? Ich hab's gehört. Ich geh nicht nach Hause. Nicht mit dir. Ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen, weil ich die ganze Zeit überlegt hab, wie ich das mit Raul Dino beibringen soll. Vielleicht lieber gar nicht. Ich weiß doch auch nicht. Aber Raul hat doch gesagt, dass er mich liebt. Wenn du dich darauf verlässt, dann bist du selber schuld. Kann ich dir aber sagen. Das weiß ich doch auch. Aber ich kann einfach nicht aufhören, an ihn zu denken. Aber du liebst doch Dino. Also lass dir das verdammt nochmal nicht von jemandem wie Raul kaputt machen. Aber den liebe ich doch auch. Nochmal. Nur irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Mann, Elena, ich bin in beide verliebt und ich muss mich entscheiden. Jetzt mal nichts überstürzen. Du musst doch mal dran denken, was du Dino damit antust, wenn du ihm sowas erzählst. Der steht doch morgen hier auf der Matte. Ja, und dann wird alles noch schlimmer. Du kannst ja aber sicher sein. Ich kann doch auch nicht zu ihm nach Italien fahren. Der merkt doch sofort, dass irgendwas mit mir los ist. Ja, genau. Deshalb jetzt mal keine Panik. Du bleibst schön hier und irgendwann wirst du schon drauf kommen, wer der Richtige für dich ist. Elena, ich weiß sofort nicht mehr, was ich machen soll. Das hätte ich nur gemacht, wenn ich dich nicht wiedergefunden hätte. Du kleine, süße Bienemeier, du. Oma. Weiter streichen, Oma. Ciao. 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 Dazu, der Meister, der will uns heute Abend sehen. Wieso hat denn der es plötzlich so eilig? Komisch. Ich denke immer noch daran, was Frederic gesagt hat. Ja, du ist doch egal. Du hast selber gesagt, der Meister ist total in Ordnung. Außerdem gehst du bei der Unfallsache um seinen Führerschein, oder? Na ja, stimmt. Wenn er den jetzt abgeben müsste, das wäre blöd bei seinem Job. Ja. Ich nehme ja die ganze Sache auf mich. Also, so wie ich das sehe, ist der Käse gegessen. Heißt das, wir können die Wohnung jetzt zusagen? Ja, ich denke schon. Ich glaube, dass wir auch das saugerecht für Robby kriegen. Natürlich muss Robby sich die Wohnung auch noch anschauen. Aber ich glaube, der findet die Klasse. Ihr Restaurant. Hi, grüß dich. Hallo. Hi. Hi. Stimmt was nicht? Doch, ist alles okay. Ich wollte dich auch anrufen. Lass mich raten. Die Versicherung hat überwiesen. Ne, das ist jetzt alles ein bisschen anders gelaufen. Hey. Versuch nicht, mich zu verarschen, okay? Ne, ich versuch nicht, dich zu verarschen. Ich kann dir das genau erklären, aber am besten mal uns zu Hause, okay? Gut. Geh vor. Gut. Ja, ich versuch nicht. Ja, ja. Ja, ich versuch nicht. Müssen wir nicht in die Schule? Schule? Ja, sicher doch. Hast du auch hier geschlafen? Ach, was? Na, auf dem Sessel. Ich, hm? Na nein, dafür bin ich ja viel zu groß und viel zu dick. Du bist nicht dick. Doch, doch, ich bin dicker, alter Brumbeer. Keine kleine, dünne Biene, Maria, so wie du. Brumbeer, und warum schimpfst du denn immer mit mir? Und willst mir den Hals umdrehen? Nicole, wie kommst du denn darauf? Das mit dem Hals umdrehen, das war doch nur ein Witz. Gar nicht witzig. Du hast ja recht. Tut mir auch leid. Ich hab dich doch lieb. Dann spielst du heute mit mir, ja? Ja. Aber nur, wenn wir jetzt gleich in die Schule gehen. Und zwar alle beide. Hol dein Schulzeug. Frühstück gibt's auf dem Weg. Super, ich will ein Schokohörnchen. In Ordnung. Freunde? Okay, Freunde. Hi, Annika. Ich dachte, du bist schon in Italien. Ich bin nicht, wie du siehst. Was ist denn los mit dir? Ich glaub, das ist meine Sache. Hab ich jetzt irgendwas Falsches gesagt? Oder bist du einfach nur sauer, als mit deiner Reise am Schein doch nicht geklappt hat? Ganz genau. Ja, aber du wolltest doch unbedingt was in der Schiefste laufen. Matthias hat's mir nicht erlaubt, wegen der Schule. Ja, dann fährst du halt in deinen nächsten Fehlen. Aber dann könntest du ja eigentlich wieder bei mir im Laden arbeiten, oder? Sag schon. Dann fängst du wieder bei mir an. Willst du den Job nicht mehr? Annika, jetzt sag mir doch irgendwas. Hör einfach auf, mich zu bequatschen. Okay. Du kannst nicht so einfach aussteigen. Ey, jetzt sei leise, sonst kennt ihr jeder. Ich brauch nicht aussteigen, weil ich überhaupt nicht einsteige, klar? Irrtum. Du hängst schon mittendrin. Aus der Nummer kommst du nicht mehr raus. Doch. Charlie gibt an, der sagt, zu schnell gefahren ist. Ja, genau. Dann zahlt meine Versicherung und ich bin aus dem Schneider. Ich hab ne saubere Weste. Außerdem interessiert mich hier nur, dass ich dabei einen Job kriege, klar? Und jetzt ist Ende der Diskussion. Du gehst bitte. Wieder Irrtum. Schließlich habe ich die Kohle für die Kiste gelöhnt, ja? So, und meine Investition möchte ich zurückhaben. Und zwar jetzt. Ah, haben wir da ein Problem mit? Na ja, dann werde ich wohl das Ganze meinem Freund übergeben müssen. Wladimir. Wladimir hat sich auf Zähne spezialisiert. Und die rechnen und zahlst du. Das schwöre ich dir. Also, rüber die Kohle. Komm, Nicole, wir gehen heim. So kalt. Nein, noch nicht. Kannst du das auch? Ich? Nee, dafür bin ich doch ein bisschen zu alt. Und zu dick. Wer ist hier zu dick? Mein Freund, der Brumbeer. Brumbeer. Ist das Ihre? Ja. Das ist meine Enkelin. Ganz genau. Okay, Robby ist am Bahnhof. Der kommt gleich. Und was ist mit uns? Du kriegst dein Geld, sobald ich meinen ersten Lohn habe. Und das soll ich dir abnehmen? Junge, du bist so uncool geworden. Aber das mit uns wäre wahrscheinlich sowieso nicht gut gegangen. Komm. Unterschreib den Schulstein. Und ich mach mich vom Acker. Weißt du, eigentlich wollte ich dir nur ein bisschen Kohle verschaffen, weil du ja immer pleite bist. Ja, aber nicht mehr lange. Und zwar ohne deine fiesen Methoden. Charlie, der Engel. Naja, wir werden sehen. Na, werden wir auch. Komm. Ciao, Bulli. Denk an mich. Wahnsinn. Endlich sind wir die Karikatur los, ja. Vergiss ihn. Wir sind doch bald Doppelverdiener. Hm? Komm, lass uns heute Abend jetzt, Foxy, gehen da ein bisschen Panze. Es ist in Laune jedem. Nee, lass doch Raul auch mal essen. Na und? Ich geh vor und check die Lage. Und wenn er da ist, kratze ich ihm die Augen aus. Besser nicht. Ich glaube, ich geh nach Hause, dann verderbe ich keinem die gute Laune. Du schaffst das schon. Ich hab's ja auch geschafft. Aber mehr als drei Tage Trauer hat dieser Idiot einfach nicht verdient. Im Gegensatz zu Dino, der hat das ja nicht verdient, weil er dich liebt. Die gehört zusammen. Weißt du, seit ich Raul klargemacht hab, dass ich nicht mehr für ihn arbeiten werde, geht's mir schon viel besser. So. Also ich fand die Wohnung super. Komm her, Monster. Ich brauche mir da nur noch so ein Hochbett rein. Ja, ja. Sonst habe ich nichts mehr. Hey, ich hab gewusst, dass ihm die Wohnung gefällt. Die Wohnung? Ja, ja, klar, die Wohnung ist super. Aber ich biesel mir jetzt gleich in die Hosen. Alter. Nehmt die Wohnung, hoffentlich, oder? Ja, natürlich, wenn du sie auch cool findest. Ja, so gut. So, dann brauchen wir unserem Vermieter jetzt nur noch die Arbeitsverträge vorzulesen. Ist doch prima, dass alles so toll geklappt hat, ne? Ja, 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 aber wir müssen die Frau Oegang ja auch noch überzeugen. Also da spielen wir ihr halt die kleine Superfamilie vor, oder? Und wenn ich es mir nochmal überlege, vielleicht sollte ich doch lieber den Austausch machen. Ja, auf dem College in den Staaten, da gibt es Mädels. Hör mal zu, du bleibst hier bei uns in Köln. In Köln, da gibt es Chicas, Alter. Vom Allerfeinsten. Wie sieht es denn eigentlich aus mit mehr Taschengeld? Äh, da oben jemand zu Hause? Ne, du könntest ja nochmal so einen Unfall bauen. Wenn es gleich so viel bringt. Hey, Robby, an sowas darfst du nicht mal denken, ja? So, Robby, in 20 Minuten geht dein Bus, wir müssen. Lass. Ja, schade eigentlich. Ständiger Abschied nehmen, das nervt ganz schön. Robby. Das Abschied nehmen, das gibt es bald nicht mehr. Ach, keine Sorge, Inge, mit Nicole klappt das wunderbar. Ja, ich habe die Kleine voll im Griff. Ach, da bin ich ja verrückt. Weißt du, Jenny war ziemlich besorgt, dass das alles zu viel für dich wird mit Nicole. Die kann eine ganz schöne Kröte sein, wenn sie will. Das verstehe ich mir überhaupt nicht. Mit Nicole und mir klappt das einfach wunderbar. Inge, du brauchst dir wirklich keine Sorgen machen. Sehr schön. Und ins Bett gehen funktioniert auch? Ja, ja, selbstverständlich. Ich bin ja schließlich der beste Geschichtenerzähler der Welt. Ach, süß. Du hast sie bestimmt schon ins Bett gesteckt. Die muss ja früh raus, die Kleine. Ja, natürlich. Sie schläft schon ganz sanft und selig. Du, Inge, ich muss jetzt aufhören. Ich muss noch was für die Schule vorbereiten. Schlaf gut. Ja, 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 genug geredet. Ich bin aber auch schon völlig müde vom Nichtstun im Krankenhaus. Aber zum Glück ist mein Bein ja bald wieder so weit in Ordnung, dass sie mich nach Hause gehen lassen. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Ich muss noch nicht schlafen, oder? Doch, du musst. Dann will ich aber noch eine Geschichte. Du bist doch der beste Geschichtenerzähler der Welt. Und? Zähne schon geputzt? Okay. Und jetzt eine Geschichte. Bitte. Ja, dann deck dich doch erst mal zu. So, mal schauen, ob mir irgendwas einfällt. Augen zu, mein Schatz. Okay. Also. Es war mal eine kleine Prinzessin. Die trug den schönen Namen Nicole von Wolken-Kuckucksheim. Dann baggert er schon wieder die nächste an. Hat sie doch nicht mehr alle. Sag ich doch. Wenigstens scheinst du über die ganze Geschichte hinweg gekommen zu sein. Schön wär's. Es ist immer noch da. Ich krieg diesen blöden Typen einfach nicht aus dem Kopf. Ach, Elena. Dann bist du eigentlich mit der ganzen Sache klargekommen. Ich meine, dass er sich in mich verliebt hat. Ich hab's ja wirklich nicht gewollt. Und ich hab's auch ewig lang nicht gemerkt. Ja, ich weiß doch. Ich bin ja auch nicht mehr böse, wenn du das meinst. Aber es war schon schlimm. Es hat ganz schön weh getan. Ich hab's ja auch nicht gewollt. Aber warum verliebt er sich ausgerechnet in dich und nicht in mich? Das verstehe ich ja auch nicht. Ich meine, du bist ja viel hübscher als ich. Ach komm, bitte. Naja, was soll's? Blond sind wir ja leider beide nicht. Stimmt. Bei Herrn Jassir ist diese Woche wohl blond angesagt. Oh, komm, vergessen wir diesen Idioten einfach. Wir haben doch uns. Das kann uns kein Mann der Welt wegnehmen. Soll ich heute Nacht bei dir im Zimmer schlafen? Ich hab dich lieb, Schwesterchen. Ich dich auch. Ich muss Raul einfach vergessen. Ich hab doch Dino. Der ist treu, zuverlässig. Aus ihm hat er echte Gefühle. Schlaggut. Fräulein von Wolkenkuckucksheim. Aber vielleicht doch besser in deinem eigenen Bett. Guten Abend, Herr Dettmann. Guten Abend. Hallo. Jenny, mit Ihnen hab ich heute gar nicht gerechnet. Ich hab doch gesagt, dass ich komm. Ja, aber ich dachte doch erst morgen früh. Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Seit Inge wegen Ihrem Bein im Krankenhaus liegt, bleibt ja wohl alles an Ihnen hängen. Vielen Dank nochmal. Ach, keine Ursache. Nicole ist ja so ein Schatz. Na ja, ich denke, Sie haben trotzdem genug Arbeit mit ihr. Aber jetzt sind Sie erlöst. Ich nehm Sie gleich mit. Aber Jenny, das geht nicht. Nicole schläft ja schon. Das macht doch nichts. So, so schläft sie gleich weiter. Ja. Jenny, sie muss doch morgen so früh raus. Schauen Sie doch mal, wie schön sie schläft. Nichts. Da liegt sie ja. Meine kleine Biene Maja. Herr Meister, Sie wissen gar nicht, wie klasse das von Ihnen ist, dass Sie die Sache so prompt regeln. Also, Ihr Angebot, das kommt uns wirklich entgegen. Ach, nicht der will. Ist ja auch in meinem Interesse, dass die ganze Sache endlich vom Tisch kommt. Herr Meister, wir müssen uns schon bei Ihnen bedanken. Schließlich opfern Sie ja gerade Ihren Feierabend. Na ja, das tun Sie ja im gewissen Sinne auch. Also, da fassen wir nochmal kurz zusammen. Sie werden angeben, dass Sie zu schnell gefahren sind. Was bedeutet, dass Ihre Versicherung den Schaden übernehmen muss. Und über meine Gegenleistung sind wir uns auch einig. Die beiden Arbeitsverträge habe ich dabei. Übrigens, wissen Sie was? Für einen Moment habe ich ja geglaubt, Sie haben den Unfall mit Absicht provoziert. Ich habe mir da so meine Gedanken gemacht. Besonders als ich gehört habe, in was für einer Misere hier steckt. Ich meine wegen eurem Robby. Das hättet ihr mir auch ruhig früher verraten können. Aber jetzt haben wir ja eine Lösung gefunden, die uns allen weiterhilft. Ich glaube, jetzt darf ich mich mal kurz entschuldigen. Ja. Rachel, glaubst du, der hat irgendwas gemerkt? Zip. Das ist verlang. Zip. All I need is peace this mind. I can celebrate. All I know is something to give. All I know is something to do. All I know is something to do. Mit dir... Mit dir... Mit dir... Mit dir... I'm one... I'm one... Sorry. Annika? Ist alles in Ordnung? Verdammte Neuro der Miete! Ich dachte, die wäre schon ganz weg wieder. Und jetzt? Zeig mal. Du Ernst, das sieht ja schlimm aus. Das wird doch wahnsinnig. Wenn er wirklich gewusst hätte, dass du den Crash absichtlich gebaut hast, dann wäre er doch zur Polizei gegangen. Ja, da ist was dran. Ja, und so habt ihr beide einen Deal. Er lässt dich eine Falschaussage machen und steckt selbst mit drin. Ja, du hast recht. Wenn er das anders regeln könnte, dann würde er das auch machen. Meister, der kann überhaupt nicht wissen, dass er irgendwas ist. Du hast recht. Da wäre ich mir an Ihrer Stelle nicht so sicher. Darf ich mich kurz vorstellen? Mein Name ist rot. Ich bin für die Kfz-Versicherung von Herrn Meisner zuständig. Ja, und womit Sie Ihren Lebensunterhalt verdienen, das haben wir jetzt gehört. Einen wunderschönen guten Abend. Ein gutes Arbeitsklima fördert die Gesundheit. Und dafür wird alles getan im St. Angela. Ziehen Sie sich einen Kittel an, bevor Sie ein Krankenzimmer betreten. Also erst bringen Sie dem Jungs ein Frühstück. Frühstück! Schmieren Sie sich Ihr Frühstück in die Haare. Hier! Hier muss sich wohl einiges ändern. Dass ich das noch erleben werde. Besuchszeit im St. Angela. Dienstag bis Freitag, 18.50 Uhr. Im Ersten. Ohne Risiken und ohne Nebenwirkungen. Danke, Oberschwester. Wir haben echt einen Herzensschüler. Danke. Danke. Danke.